Ja, liebe YouTube-Freunde, was macht ihr Bauer Hause heute Sonntagmorgen? Ja, eigentlich wollte ich gemütlich Kaffee trinken und nichts tun. Und als ich aufgestanden bin, habe ich gesehen, ja, meine Heizung ist kalt, da läuft nichts mehr. Jetzt bin ich in der Heizung, nach telefonischem Kontakt, habe ich zum Teil die Aschenschnecke demontiert und was war drin? Ein so grosser Stein ist da in meinen Schnitzel reingekommen und hat die Aschenschnecke blockiert. Hier das Getriebe und hier die demontierte Aschenschnecke und das jetzt habe ich durchgeputzt und muss wieder montiert werden. Ja, Heizung läuft wieder. Mit dem Störungsdienst von Allopterm konnten wir das Problem beheben. Aschenschnecke raus, rausgeputzt. Aschenschnecke wieder rein, Motor rauf und Heizung wieder gestartet. Und jetzt hoffe ich, werden wir dann wieder warm, eine warme Stube haben. Wird natürlich eine gewisse Zeit dauern. Die Heizung ist auf 20 Grad runter und bis da alle sechs angeschlossenen Häuser wieder warm sind, wird das eine Zeit lang dauern. Und ich werde mein Haus zurückstellen. Damit meine Kunden, die an meine Schnitzel Heizung angeschlossen sind, eher wieder warm haben.